Happy Birthday Abidi Gutisar Goza Happy Birthday Fair Mardur Happy Birthday Mithon Sarka Happy Birthday Adnan Khan Happy Birthday Emdi Zagor Happy Birthday Silver Smoker Und ich spiele wieder Free Fire in BR Ranking Viel Spaß Battle Royale Battle in Style Okay, ich habe eine Charakter Quest und die ist 1km laufen Und das will ich ja wohl hinbekommen Das ist ja normal nicht ganz so schwer Ja 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 Ich hab's im frühen Fall schon gelöst Ich wollte eigentlich Ähm Reinen Fall nehmen Na ja, verdrückt. Hängt ja schon auch gut an. Okay. Einen Kilometer laufen. Ach, da ist schon der Schlüssel. Ah, ne, doch nicht. Was habe ich denn hier? Eine Arca und eine VSS, okay. Spiel! 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 Das war's für heute. Oh, draußen vor der Tür ist was gelandet. Das ist doch schön. Da werde ich gleich mal hinlaufen. Aber erst noch. Hier war ich auch schön. Da ist es. Das gute Stück. Oh, die ist doch viel besser. Oh, das war's? Nee. Ich krieg meine Maus hier. Da wäre jetzt der 3er-Jahr-Rucksack. Aber den habe ich schon. Eine Schildpistole? Auch cool. Hm. Hm. Jetzt habe ich eine Pfanne. Weil es sich hoher kriege, zwischendurch. Ja. 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 Da scheint ein guter Spieler unterwegs zu sein. Ja. So. Das wird spannend. Ja. 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 Ich brauche noch eine bessere Pferde. Sollte ich sagen, geht es eigentlich, ne? Das ist gut. Das ist eine bessere Weste, das ist gut. Das ist eine bessere Weste. 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 Die suggere Westsele veces mehr? Das ist da, kann ich auch reihen. Das ist eine bessere Weste. Das ist eine bessere Weste. Das ist eine bessere Weste. Ist eine bessere Weste. Das habe ich nicht. Ich nehme die schönenah. das ist auch kein sturmgewehr mit das gab ich letztens ein kopfschuss gemacht aber das hatte irgendwie nicht gezählt als sturmgewehr das war ein kill, kein kopfschuss das war ein kopfschuss das war ein kopfschuss das war ein kopfschuss das war ein kopfschuss das ist auch ein sturmgewehr mit dem habe ich letztens auch den kopfschuss gemacht ok jetzt haben wir alles das wird nur noch ein gegner das war ein kopfschuss gegner wo bist du Ich bin bereit. Was ist das? Ich habe mich nicht, dass ich nicht. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Er zieht mich. Aufschuss. Perfekt. Okay. Das war mit dem Wind. Den hab ich mitberechnet gerade. Okay. Hier war ich doch nicht drin. Dann zum nächsten Gegner. Macht Spaß. Oh, der ist so weit weg. Das war's. 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 Ich geh nochmal zurück und hol nochmal so eine Quest. Gibt ja extra gut für so eine Quest. Hoffe ich. Ich muss mal nachladen. Aber es scheint diesmal kein... ...spieler dabei zu sein. Äh, kein... Genau. Kein Spieler dabei zu sein. Da muss so viele Leute leben. Ja. Guck mal, ist was ganz Geld ab. Das war's. Ich bin da. Das war's. So ist er. Hinter den Häusern. Rampage! Das gibt es doch nicht. Jetzt wird es ein bisschen popisch sage ich mal. Killing spree! 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 Also sprich, ab morgen würde ich wahrscheinlich noch andere spielen als BR-Ranket. Oh, da fehlt nur ein. Aber egal. Gut, das war meine Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal seid. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Adios Amigos. Bis zum nächsten Mal.